Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, wa manu ala ma ba'd, salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, liebe Geschwister, wir machen weiter mit der Wiederlegung von das Buch Al-Muraja'at von Abd al-Hussein Sharaf al-Din al-Musawi, Teil 43. Hier sind wir auf der Seite von dem Stummung Marja'at von Shia al-Sistani, von hier haben wir das Buch heruntergeladen und wir sind gerade bei Muraja'at 32. Hier erwähnt Abd al-Hussein Sharaf al-Din al-Musawi sieben elogene, sieben gelogene, sieben erfundene Ahadithe, mit denen er diesen angeblichen Sheikh al-Azhar um die Finger wickelt und er merkt nicht mal irgendwas davon. Dass angeblich der Prophet salallahu alayhi wa ala alihi wa sallam außerhalb von Tabuk zu Ali gesagt hat, dass die Stufe von Ali ist gleichzustellen mit der Stufe von Harun zu seinem Bruder Musa alayhi wa sallam, außer dass Ali kein Prophet bzw. kein Gesandter ist. Und hier vor uns stehen diese sieben Ahadithe. Das sind sieben Ahadithe. Mit diesen sieben erfundenen Ahadithe wickelt er den angeblichen Sheikh al-Azhar um die Finger, liebe Geschwister. Und er merkt nicht mal, alles erfunden. Und wir zitieren gleich auch, wenn wir damit fertig sind, was der angebliche Sheikh al-Azhar dazu sagt. Nämlich gar nichts. Er sagt, alles klar, super, super gemacht. Sogar die Leute, die nicht mal Al-Alm al-Hadith studiert haben oder nicht mal Talib al-Azhar sind, widerlegen diese Ahadithe. Aber dieser angebliche Sheikh al-Azhar, mit dem Abdul Hussein zu tun hat, dass er nicht in der Lage ist, diese ganzen Ahadithe zu analysieren und sie auch zu widerlegen. Wir machen das inshallah ta'ala und wir zeigen euch, wie die schiitischen Gelehrten lügen und wie die Leute, die solche Leute folgen, wie Abdul Hussein, wie Shia Hamza oder andere, wie die auch immer und immer wieder lügen und immer und immer wieder auf diesem Buch, beziehungsweise die Beweise, die in diesem Buch geführt sind, zurückgehen. Deswegen ist mir wichtig, dass wir diesem Buch widerlegen, weil die meisten Ahadithe, die hier drin stehen, für erlogene Ahadithe, benutzen auch heute die Schiiten gegen die Sunniten, die nicht wissen, oder gegen manche Sunniten, die nicht wissen, dass diese Ahadithe schwach sind. Der erste Ahadith, Er sagt, einmal hat der Prophet zu ihm gesagt, was hat er gesagt? Hier geht es weiter. Manchen Tagen hat er zu ihm gesagt, Und seine Stufe ist so ähnlich wie die Stufe von Harun zu Musa. Warum sagt er das zu Umusuleim? Warum sagt er das zu Umusuleim? Wo sind die anderen? Warum nur Umusuleim? Erstens. Zweitens, wir werden das in Shalatah gleich widerlegen. Wir werden erstmal nur die Ahadithe zitieren, was hier drin steht. Und dann gehen wir Stück für Stück auf die Ahadithe ein. Oder wir können auch gleich von mir aus, Stück für Stück diese Ahadithe widerlegen. Als erstes, der Hadith von Manzila, liebe Geschwister, die Stufe. Das wurde nirgends woanders gesagt, außer ein einziges Mal, liebe Geschwister. Der Prophet hat ein einziges Mal diesen Hadith gesagt, indem er zu Tabuk gegangen ist mit Abu Bakr, Umar und Uthman und die Sahaba und hat Ali zu Hause gelassen. Er hat gesagt, pass auf, auf meine Familie. Du bleibst jetzt zu Hause. Und der Khalifa war ein anderer auf Medina, liebe Geschwister. Darauf haben die Heuchler und die Munafirin gesagt zu Ali, dass er angeblich nicht in der Lage wäre und dass er nicht so wichtig wäre und dass der Prophet ihn nur bei seiner Familie zu Hause lässt. Daraufhin ist Ali zu den Propheten gegangen und in den schiitischen Büchern heulend ist er zu den Propheten gegangen. Er sagt, ja, Resulallah, lässt du mich mit den Kindern und Frauen und ich soll nicht mitkommen. Da sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu ihm. Dann gehen wir erst auf unsere Bücher zurück. Da sagt er, Er sagt, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu ihm. Das ist das einzige Mal, liebe Geschwister. In dieser Zeit, damit zeigt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dass er sich keine Sorgen machen muss, auch wenn er nicht kommt zum Dschihad. Jedoch soll er dem Befehl des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, folgen und zu Hause bleiben und auf seine Familie aufpassen. Denn er hat ja schon sowieso eine große Stufe bei dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und das sind die Vorzüglichkeiten, liebe Geschwister, die wir, ahlis-Nutl-Jamaa, überliefern. Weil wir Sayyidina Ali, sallallahu alaihi wa sallam, lieben. Genauso wie wir Abu Bakr und Umar und Uthman, sallallahu alaihi wa sallam, lieben. Denn wir sind die Ummah der Wassad, liebe Geschwister. Wir übertreiben nicht, wie die Rawafid und wir untertreiben nicht, wie die Nawasib oder wie die Khawarid gegen die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Sondern wir sind in der Mitte. Wir lieben sie, aber wir übertreiben nicht in der Liebe. Genauso wie Allah, sallallahu alaihi wa sallam, uns befohlen hat und genauso wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns befohlen hat, so handeln wir. Wir übertreiben nicht. Deswegen sagt Allah, sallallahu alaihi wa sallam, wa kathalika ja'alnakum ummatan wasata, li takunu shuhada ala nasi wa yakuna al rasulu alaikum shahida. Wir sind wasat, in der Mitte. Wieder übertreiben, noch untertreiben. Aber wichtig ist, liebe Geschwister, erst mal, damit ich euch zeige, dass diese ganzen Sachen nur ein Bollywood sind. Wichtig ist, wir sind gerade bei Muradjaa 32. Er fragt ihn, der angebliche Sheikh al-Azhar, der Gelehrter von Ahle Sunnah, fragt ihn, hol mir diesen Ahadith, antemini bimansidati haorun min musa, auch irgendwo anders, das der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, das gesagt hat. Er holt das, erlogene Ahaditha holt er, gelogene Ahaditha, erfunden Ahaditha. Was sagt der Gelehrter, Großgelehrter? Gucken wir, was er sagt, liebe Geschwister, auf Muradjaa 33. Nur ganz kurz, gucken wir, was er dazu sagt, liebe Geschwister, nur damit ihr wisst. Gucken, mata sawwara aliyan wa haruna kalfarqadein. Hier sagt Abdul Hussein am Ende, sallallahu alaihi wa jadduhu, sallallahu alaihi wa sallam, yusawwira aliyan wa haruna kalfarqadein. Das heißt, der Gelehrter von Ahaditha geht nur auf darauf ein, nur auf eine Aussage, das ist kein Hadith, eine Aussage erstmal hier von Abdul Hussein. Nur darauf geht er, auf die sieben Haditha geht er gar nicht darauf ein, liebe Geschwister. Sein Hamm und Ram ist, wann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, das interessiert ihn nicht, liebe Geschwister. Alles klar, er nimmt das einfach so an. Gehen wir auf der Muradjaa wieder zurück. Hier, gehen wir auf den ersten, wir haben hier den ersten Hadith. Wir sind hier bei einem ersten Hadith. Gucken wir jetzt, wer diesen Hadith überliefert hat, liebe Geschwister. Ich zeige euch nur das, was die Gelehrten über diesen Hadith sagen. Ich erwähne euch das auch, wie die Imamer oder wie die Imamer von Jarhul Ta'adil diese Hadith bewertet haben, liebe Geschwister. Der erste Hadith hat überliefert Abdullah ibn Dahir, Ar-Razi, liebe Geschwister. Und der ist ein Ra-Fi-Di-Yun-Darif-Mut-Tahmun-Bil-Wadda. Ist ein Sindik, ist ein Ra-Fi-Di und der ist beschuldigt, dass er ein Hadith einfach so schreibt und sagt, das hat Ali überliefert oder das hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt über Ali. Ein Ra-Fi-Di, ein Khabith, ein Sindik, liebe Geschwister. Das ist der erste, der diesen Hadith überliefert hat. Der erste in der Überlieferungskette. Heißt Abdullah ibn Dahir, Ar-Razi. Ra-Fi-Di-Yun-Darif-Mut-Tahmun-Bil-Wadda. Deswegen sagt Ibn Ma'in, alaihi wa rahmatullah, er sagt, leise bi-sheh, der ist gar nicht. Der ist gar nichts, nichts wert. Deswegen sagt er, ma yaktubu anhu insanun fieh khair. Er sagt, keiner schreibt seine Hadith auf, kein Mensch schreibt seine Hadith auf, die ein bisschen khair hat. Imam Al-Uqayli sagt, Ra-Fi-Di-Yun-Khabith, ein Dreckiger Ra-Fi-Di, der Lügen über den Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, verbreitet. Imam Al-Dhahabi sagt, Er sagt, Allah hat Ali davon befreit, dass er, dass die Vorzüglichkeit von Ali von irgendwelchen Lügnern und irgendwelchen Ra-Fi-Di-Yun-Khabith übertrieben wird. Denn der Stufe von Ali in dem Koran und in der Sunni des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, festgelegt, genauso wie von Abu Bakr, und Umar und Uthman. Da brauchen wir nicht übertreiben in dieser Hinsicht. Das ist der Erste, der diesen Hadith überliefert hat, in der Überlieferungskette. Der Zweite ist, sein Vater, Dahir, ja, ist sein Vater. Weil wir haben gesagt, Abdullah ibn Dahir, das ist der Sohn, und Dahir, sein Vater, ebenfalls, Dahir ibn Yahya heißt er, Kedhab, ein Lügner, Sindik. Kaal al-Dhahabi, Ra-Fi-Di-Yun-Baghi-D, ein Ra-Fi-Di, der, über Fanatiker, ist der Barif, über Fanatiker. La yutaba'u ala balayahu, al-Hadi, er sagt, keine folgenden in diese Sache, weil er ist ein Fanatiker, aber richtig übertrieben Fanatiker. Ja, und ein Kedhab dazu, noch ein Lügner dazu. Das heißt, der erste Hadith, liebe Geschwister, der erste Hadith, den wir jetzt gerade, hier, vor uns haben, diesen Hadith hier, ist erstmal, Mowduh, Afunden, liebe Geschwister, das ist der erste Hadith. Aber der Sheikh al-Azhar, merkt davon nicht, liebe Geschwister, komischerweise, komischerweise, das ist der erste Hadith. Der zweite Hadith, hatta Imam al-Albani selber sagt, dieses Hadith ist Mowduh, Imam al-Albani sagt, diesen Hadith Mowduh, ist Mowduh, yani Afunden. Und hatta, liebe Geschwister, damit ihr wisst, dass nicht nur Abdul Hussein ein Lügner ist und die Schiiten, die heute ihnen folgen, sondern auch wenn wir zum Beispiel diesen Buch in Betracht nehmen, Tashid al-Murag'at wa tafnid al-Mukabarat von Al-Mailani, Subhanallah, so ein Lügner wie der hier, liebe Geschwister, habe ich noch nie gesehen. Er hat Khiyana al-Miyya, Khiyana al-Miyya ajib. Er holt diesen Hadith, was wir gerade zitiert haben, von dem Buch von Ibn Asakir. Ibn Asakir hat diesen Hadith überliefert und dann holt er diesen Hadith von dem Buch von Ibn Asakir, aber er lässt die Meinung von Ibn Asakir weg, lieber Geschwister. Er sagt, Ibn Asakir hat das auch überliefert, aber er sagt nicht, was Ibn Asakir dazu gesagt hat, denn Ibn Asakir hat das geholt, um es zu widerlegen. Ibn Asakir, Ali Rahmatullah, sagt, Al-Rafidiyan, er redet über, zwei Rafidiyan haben das überliefert, Abdullah ibn Dahir und Dahir ibn Yahya, beide Kaddabin, beide Zanadiqa, haben das überliefert. Dieses Meilani lässt diese Aussage von Ibn Asakir und sagt, guck, das steht auch sogar im Tarikh von Ibn Asakir drin. Deswegen, Subhanallah, Ajib. Kehren wir zurück. Der zweite Hadith jetzt. Das ist der zweite Hadith. Dieses Hadith, liebe Geschwister, ist erlogen. Das ist ein erfundener Hadith. Guck. Der Hadith, der sich um die Geschichte von, die Tochter von Hamza, a.s. betrifft, ist in Sahil Bukhari, der Hadith. Aber dieses Hadith ist erlogen. Das ist nicht in Bukhari drin. Ja? Was war die Geschichte von, erst mal, zitieren wir erst mal, was die Geschichte von, der Tochter von Sayyidina Hamza, bei Hamza ibn Abdel Muttalib, radiyallahu ta'ala anhu und a.s. Nach dem Umratul Qawar, der Prophet sallallahu a'alausallam, wollte nach Mekka. Die Quraysh haben ihn nicht zugelassen. Und die haben einen Vertrag geschlossen, dass er nächstes Jahr wiederkommt, damit er Umrat macht. Ja? Und nächstes Jahr ist er zurückgekommen, hat Umrat gemacht, sallallahu a'alausallam. Nachdem er fertig war, wollte er raus aus Mekka, Richtung Medina. Ja? Da ist die Tochter von, äh, Sayyidina Hamza, äh, zu dem Propheten, sallallahu a'alausallam, sallallahu a'alausallam, hat gesagt, Jaam, Jaam, mein Onkel, mein Onkel. Dann hat der Professor sallallahu a'alausallam sich gedreht. Dann hat die Tochter von Hamza gesagt, Khuzni Ma'ak, bringt mich auch mit zu Medina. Bringt mich mit, ja, Rasulallah, hat er gesagt. Weil sein Vater, ihr Vater ist gestorben in Uhud, radiyallahu ta'ala anhu Arza. So. In dieser Geschichte, drei Männer, äh, hatten drei verschiedene Meinungen. Drei Sahabis, großartigen Sahabis. Jeder von denen wollte dieses Mädchen zu sich nehmen und sie erziehen, äh, weil ihrer Vater gestorben ist. Drei großartigen Sahabis. Der erste ist Ja'far, Ibn Abi Talib. Der zweite ist Ali ibn Abi Talib und der dritte ist Zayd ibn Haritha, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Was sagt Ali erstmal? Ali sagt, ich werde sie erziehen, denn sie ist die Tochter von meinem Onkel und meine Frau ist die Tochter von sein, ihr Onkel, يعne, äh, 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 ist ihre Tante, ja, weil er ist ja, äh, sozusagen, die sind Adil, mit Hamza sind die Adil, weil die, weil die, äh, die Frau ist ja, die Frau von Ja'far, sie ist ja erstmal ibn Ti'umais. Also sie ist die Tante von diesen, diesen Mädchen. Kamer Zayd und ibn Harith. Zayd ist aufgestanden, hat gesagt, Ibn Tu'achi. Er sagte, sie ist die Frau von, oder sie ist das Mädchen oder die Tochter von meinem Bruder. Und wir wissen ja, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat Hamza und Zayd zusammen zu Brüdern gemacht. Akha beynahum. Nennt man das. Akha beynahum. Ja? So. Dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sich entschieden und hat gesagt, Ali, Ante, Minni, wa Anamink. Das steht in Sahihain, liebe Geschwister. Da steht nicht drin, Ja, Ali, Ante, Minni, bimensiliti Harun. Das ist eine gelogene Geschichte. Ja? Hat nie, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat das nie gesagt in diesem Ereignis. Sondern er hat in Sahihain gesagt, Ja, Ali, Ante, Minni, wa Anamink. Erstens. Dann hat er zu Jafar gesagt, Oh, Ali, du bist von mir und ich bin von dir. Dann hat er zu Jafar gesagt, Du siehst genauso wie mich aus und deine Eigenschaften ähneln meinen Eigenschaften. Das sagt er zu Jafar. Dann hat er zu Seed gesagt, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er hat zu Seed gesagt, Ante, Akhuna, und Mawlana. Du bist unser Bruder und du bist unsere Mawlah. Hat er zu Seed gesagt. Jetzt nur ganz nebenbei. Damit sollte auch jetzt Seed-Khalifa werden. Weil genau so wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zu, also, ne, nur ganz nebenbei. Dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sein Urteil gefallen, der mir gesagt hat, hier die Jafar. Das Mädchen soll bei Jafar aufwachsen, denn, weswegen, weil die Frau von Jafar ist, die Tante von dieses Mädchen. Deswegen soll sie bei Jafar bleiben. Deswegen, es gibt nicht Ante, Ante, Minni, wie man sieht, die Haruna, Min Musa. Ja, das steht nicht drin, ja, in diesem Hadith, der Sahih ist. Dieses Hadith hier, wurde überliefert ohne irgendeine Sennette, liebe Geschwister, ohne Sennette. Imam Nassai hat das überliefert in den Chassais ohne Sennette, liebe Geschwister, ohne überlieferung. Es geht einfach so, hat er es überliefert, ohne irgendeine Sennette. Deswegen hat er gesagt, Waqala, Wa'anil Qasim. Was ist denn da vor? Was ist denn danach? Ja, bis zu Qasim hat er nicht überliefert. Hier gibt es keine Überlieferung, bis zum Qasim. Und nach Qasim hat, Ibn Yazid, an Ibn Yazid hat das überliefert. Und hier hat von Israele überliefert an Ebi Ishaq, an Hubeira, Ibn Yazid, wahani, an Ali, die Begeschwister. Das heißt, der Hadith, bis zum Qasim, ist es mal, da gibt es keine überlieferungskette. Das ist, يعne, ohne überlieferungskette, woher das überliefert, bis zu Qasim. Und Hubeira ist Majhul, liebe Geschwister. Hubeira ist unbekannt, keiner kennt ihn. Al-Mashhuru, an Nehu Majhul. Die meisten Gelehrten sagen, dass er unbekannt ist. Und dann, in der Überlieferungskette, ist ebenfalls nach Qasim, Ibn Yazid, ebenfalls ein Modellis. Er ist ein Modellis und er hat Waqad'an'ana. Das heißt, der Isnat ist Muhalhal. Der Isnat ist doif. Und Mukhalifun nimmat für Sahihain. Ja, die drei Illa. Der Isnat ist Muhalhal. Bis zum Qasim ist gar keine überlieferungskette vorhanden, wer diese Leute sind, die das überliefert haben. Nach Al-Qasim sind diejenigen, die das überliefert haben. Eine von denen ist unbekannt, der andere ist Modellis. Der Isnat ist doif und der Isnat ist gegen den Hadith wo in Sahihain überliefert ist, die Begichwista. Das ist der zweite Hadith. Ibn Fals. Wakada Al-Hadith wal-Walad wo-yowma-kana-abu-bakran und wo-yowma-abu-bakran und Al-Qasim und al-Qasim und al-Qasim und al-Qasim und Al-Rashid und A-Hadith an-Hadiah-bakran Diese ganzen Überlieferungen sind nicht nur die Schleifahe von den Abbaasien. Die Schleifahe von den Abbaasien haben diese Überlieferungen. Das ist so. Und diese Überlieferungen sind die von den Abbaasien die Überlieferungen ist. Die Überlieferungen sind nicht in der Hadith-Wissenschaften. Man weiß nicht ob die Gericht von in der Hadith-Wissenschaften. Und einer von denen war Al-Ma'mun. Al-Ma'mun hat ja gesagt, dass der Koran erschöpft, ein Schöpfer ist. Also wie wir. Es wurde erschaffen. Es ist nicht das Wort Allah. Und diese Khulafa sind nicht bekannt bei den Gelehrten von Hadith, dass sie Überlieferer sind. Die waren nur Khulafa. Das hat auch Al-Muttaqil-Hindi überliefert. Und Imam Al-Muttaqil-Hindi sagt Und in der Überlieferungskette ist Al-Abzari drin. Und er ist ein Lügner. Und Imam Al-Albani sagt Der Hadith ist abgelehnt, liebe Geschwister. Das ist der dritte Hadith gewesen. Jetzt kommen wir zu dem vierten Hadith. Nämlich Al-Muachat Al-Ula. Al-Muachat Al-Ula. In Mekka. Das angeblich der Prophet Sallallahu Sallam sich und Ali zusammen getan hat. Und er sagt In der Hadith lautet so. Al-Nabiyya. 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 Das mit der Lavik? Das sind alle gelogen. Und die sind alle schwach. Imam Al-Albani sagt zahif Schwach In der Überlieferungskette ist Abdul Mu'min Ibn Abbat Und dieses Typ ist zahif , weil er in dem Hadith. Der Hadith ist nie und nimmer richtig. Abu Hatam sagt Zahif . und nicht über die Hadeiths, wie gesagt, die Hadeiths nicht mehr zu tun, die Hadeiths nicht mehr zu tun, die Hadeiths von irgendwelchen Lügen und irgendwelchen Unbekannten überliefert. Wir machen weiter. Die Möhrer der Möhrer, die in der Möhrer, die in der Möhrer, in der 2. Möhrer, in der Möhrer, in der Möhrer, sechs Monate nach dem Möhrer des Böhrers, wo er mit dem Möhrer und den Anzaren und in allen Möhrer und den Möhrer, die in den Möhrer, die in den Möhrer, wie imn um Aliyen. Er sagt, Muhacin und Ansal tut er sie alle zusammen, macht sie Brüder sozusagen, dass sie Brüder sind, aber Ali lässt er einfach, damit Ali bei ihm selber bleibt, damit die immer zusammen bleiben. Dieses Hadeith, liebe Geschwister, ist erfunden, ist Maudu'ah. Dieses Hadeith ist Maudu'ah, erfunden, der Prophet Sarsam hat das niemals gesagt. In der Überlieferungskette ist Hamid ibn Adam al-Mizwazi Imam Vabi sagt Al-Juzjani ibn Adi Er sagt Kethabahu Al-Juzjani ibn Adi Und Ahmad ibn Ali ibn Suleyman Beinahe istuhera Imam Al-Juzjani Imam ibn Adi Sagen, dass er ein Lügner ist Hamad ibn Adam Der das überliefert hat Und Ahmad ibn Suleyman sagt, dieser Typ ist bekannt Dass er ein Lügner ist, dass er ein Sindig ist Und deswegen sagt selber Imam Al-Heithemi sagt Ibn Hajar Al-Heithemi sagt Er sagt Rahu al-Tabarani Imam Al-Tabarani hat das Überliefert den Muajjab al-Kabir Und sie hat Adam Und er ist ein Lügner Natürlich, diese ganzen Geschichten Kennt Sheikh al-Azhar nicht Das kennt er nicht, aber er akzeptiert alles Das ist der fünfte Hadith Gehen wir zu dem sechsten Hadith Ja das ist der sechste natürlich das ganze hier bezieht sich auf diesen Hadith auf den fünften Hadith gehen wir auf den sechsten Hadith nämlich hier steht drin dass der Prophet gesagt hat das ist der sechste Hadith wer hat diesen Hadith überliefert liebe Geschwister diesen Hadith hier Nummer 6 gucken wir dieses Hadith hat es überliefert und zwar Ibn Asakr hat es in seinem Buch erwähnt über überliefert von Haram Ibn Uthman عن Abdelrahman Ibn Muhammad Ibn Jaber Ibn Abdullah عن Abieha Jaber Ibn Abdullah Ibn Anzari das wurde so überliefert diesen Hadith dieses Hadith ist also von wem überliefert von Haram Ibn Uthman wer ist Haram Ibn Uthman Imam Schafi'i sagt Ibn Ma'in auch beide die sagen الحديث عن Haram Haram Ab Ibn Uthman Also als Hadith Wihra Jaber Ibn Habibhani Das Hadith ist das Hadith abgehen Das Hadith ist das Hadith harams Gellert ja för Woten Das ist ein sehr abgelehntes Hadith. Es ist nicht nur abgelehnt, es ist extrem abgelehnt. Diese Geschichte ist erfunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Professor Sam hat es niemals gesagt. Das ist der sechste Hadith und geht ja bis zum siebten weiter. Der siebte Hadith ist Dieses Hadith, das angeblich Harun und Ali gleichzustellen sind wie die Farkadeen, die zwei Sterne. Das wurde überliefert in das Buch Yannabi'ul Mawadda, liebe Geschwister. Dieses Hadith und die Schiiten nehmen gerne von diesem Buch. Weil dieses Buch ist ein Buch, wo im Inhalt des Buches gar keine Überlieferungskette vorhanden ist. Das sind alles nur Geschichten von tausend und einer Nacht. Alle Hadith sind batel bis jetzt, liebe Geschwister. Sieben Hadith, die sind alle erfunden. Alle erfunden. Keine von diesen Hadith sind richtig. Was sagt Sheikh al-Azhar? Mata sawwara aliyan wa harunakal farqadeen. Mehr nicht. Nur das. Warum kommst du nicht und analysierst diese sieben Hadith, die er überliefert hat, dass die alle schwach sind? Warum sagst du da was nicht? Lamm yatabayelana kunnu qaulukum bi ennau sallallahu sallam kanu yusawwara aliyan wa harunakal farqadeen ala ghiradin wa harunakal farqadeen ala ghiradin wa harunakal farqadeen. Uman ta faaladadarik. Warum gehst du nicht auf die sieben Hadith ein und sagst, die sind alle schwach, die sind alle erfunden? Der Prophet hat das nicht gesagt. Warum analysierst du das nicht, wenn du ein Sheikh bist? Das deutet darauf hin, liebe Geschwister, dass Sheikh al-Hazhar Salim al-Bashri alayhi rahmatullah mit diesen ganzen Geschichten nichts zu tun hat, liebe Geschwister. Das deutet darauf hin einfach. Und wer das Gegenteil sagt, ist krank im Kopf. Ist wirklich krank im Kopf und er kann nicht denken. Der Sheikh al-Hazhar fragt nur, mitte, wann war das, wie war das? Die wie fragen. Taib, er erzählt dir die ganze Zeit Lügengeschichten. Wann wachst du endlich auf und wann analysierst du seine Lügen? So, jetzt antwortet auf ihn der Rafi Adi, Abdul Hussein Sharaf ad-Din Musawi, antwortet auf ihn und er sagt, Tata'b, Tata'b, Sirat al-Nabi SAW, insgesamt, also was sagt er? Er holt jetzt 27 Ahadith, liebe Geschwister, 27 Ahadith und in diese Ahadith, damit er das, damit er sozusagen beweist, dass tatsächlich der Prophet Hassan das gesagt hat und das ist alles nur, liebe Geschwister, hat mit der Wahrheit absolut nichts zu tun. Dazu kommen wir, Inshallah Ta'ala, wenn wir das überliefern, diese 27 Ahadith und wie wir sie Inshallah Ta'ala alle hintereinander widerliegen und wir werden Inshallah Ta'ala auch feststellen, dass alle diese Ahadith, die sind alle schwach, die sind alle erfunden, aber der angebliche, der arme, Meskin, Sheikh al-Azhar, merkt das nicht und wir werden Inshallah Ta'ala euch das zeigen, wie Abdul Hussein gelogen hat und wie er über unsere Gelehrten lügt, indem er sie einfach mit reinbezieht in seinen erlogenen Buch, erlogenen Bollywood. Wir werden das Inshallah Ta'ala beim nächsten Darst, also in Muraja'a Nummer 44, dann euch diese 27 Ahadith zeigen. Und wir werden sie Stück für Stück dann, Inshallah Ta'ala, alle wiederliegen. Und bis dahin, Subhanakallahu, wabihamdik, nashhad, waan la ilahe illallah, nassafiruk und natuub ilayk. Subhanakallahu, rabbika rabbil azati, amma yassifun, wassalamu ala al-mursanin, walhamdulillahi rabbil alameen.